Herzlich Willkommen zu einem weiteren Kapitel aus der verteilten Verarbeitung. Jetzt geht es ganz kurz um das Thema Nebenläufigkeit und Parallelität. Ich denke, einiger Stoff wird schon bekannt sein. Also mit Threads programmiert man eigentlich relativ früh in Java. Wir wollen uns jetzt hier nochmal um die Spezialitäten kümmern, die wichtig sind für verteilte Systeme. Ein verteiltes System arbeitet erstmal zwangsläufig parallel. Sie haben ja mehrere Elemente, die verteilt sind und die auf unterschiedlichen CPUs laufen. Also das ist zwangsläufig verteilt. Und auch die Clients und Server oder die Komponenten, die sie verteilen, bauen sie meistens multithreaded aus verschiedenen Gründen. Und warum das so ist und welche Elemente da in Java eine Rolle spielen, das wollen wir uns in diesen Videos anschauen. Wozu müssen sie sich überhaupt mit dem Thema Nebenläufigkeit auseinandersetzen? Also erstmal das Thema ist uralt. Das beschäftigt die Informatik schon seitdem man programmieren kann. Zweitens ist es so auch schon früher. Also ich habe so Programmieren in den 90ern gelernt. Auch da musste man schon multithreaded programmieren. Speziell dann, wenn es an die grafische Oberfläche kam. Das waren aber so vereinzelte kleine Teile. Standard Software haben sie häufig noch single-threaded geschrieben. Jetzt ist es allerdings so, dass so ungefähr seit 2003 sie zwingend multithreaded arbeiten müssen. Und da wäre die Frage, warum denn? Es ist so, sie in meinem Informatikstudium war es noch so, da konnten sie im Grunde abwarten. Sie haben heute ein langsames Programm geschrieben und sie konnten eigentlich warten. Nächste Woche, übernächste Woche, nächsten Monat wird eine schnellere CPU geliefert und dann läuft das Programm, egal wie schlecht es programmiert ist, meistens irgendwie schneller. Sie haben früher, hat man noch die Taktrate erhöhen können von den CPUs. Das heißt, wir haben angefangen mit unter einem Megahertz, also die C64 CPU war so mit einem halben Megahertz getaktet. Und das ging dann hoch. Ende meines Studiums waren wir bei 100 Megahertz. Jetzt könnte man erwarten, dass man beliebig hohe Megahertz-Zahlen erreichen kann und dann immer schneller werden kann. Das stimmt aber nicht. Man kann also eine CPU nicht beliebig hochtakten. Es gibt keine 10 GHz oder 100 GHz CPU aus physikalischen Gründen. Man stößt einfach an Grenzen, die zum Beispiel dadurch begrenzt sind, dass die Lichtgeschwindigkeit eine ähnliche Größe ist. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz an. Also ein Grund ist, wenn Sie das Licht anschauen und Sie gucken, nach wie weit kommt das Licht eigentlich in einem Taktzyklus bei einer 3 GHz CPU. Das rechne ich Ihnen jetzt nicht vor, aber können Sie, Hausaufgabe quasi, kommen Sie ungefähr drauf, dass in einem Takt von einer 3 GHz CPU das Licht nur noch 10 Zentimeter weit kommt. Und so ein Schaltimpuls, den Sie in die CPU reingeben, kommt natürlich dann auch nur 10 Zentimeter weit. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass es in dem Chip ja auch nicht ganz gerade ausgeht, sondern dass da diverse Leiterplanbahnen zu traversieren sind. Das heißt, Sie müssen ja einen Schaltzyklus innerhalb eines Taktzyklus durchkriegen. Das heißt also, da setze ich Ihnen einfach die Lichtgeschwindigkeit in die natürliche Grenze. Zweiter Punkt ist, je höher Sie takten, desto höher ist natürlich auch der Energieverbrauch, also die Batterie hält weniger lange, und desto höher ist auch die Abwärme. Und Sie haben bei modernen CPUs, also gerade bei den Hochleistungs-CPUs, tatsächlich Probleme, die Wärme wegzukriegen. Also da haben wir sozusagen natürliche physikalische Grenzen und wir können die Taktrate nicht weiter erhöhen. Was können wir stattdessen machen? Ich kann versuchen, auf Kontrollfluss oder Datenflussparallelität zu setzen. Das heißt, ich brauche statt einer CPU halt mehrere CPUs rein. Und ich fange an, innerhalb der CPU vielleicht gewisse parallele Operationen zu erlauben. Zum Beispiel, dass ich nicht zwei Bytes miteinander multipliziere, sondern dass ich vielleicht gleich Arrays von Bytes miteinander addiere oder multipliziere. Also ich lasse Vektor-Operationen zu. Das heißt, mehrere CPUs sorgen für eine Kontrollflussparallelität, mehrere Vektor-Operationen für eine Datenflussparallelität. Beides ist natürlich unter verschiedenen Überschriften in modernen CPUs drin. Und damit müssen wir natürlich umgehen können, wenn wir Java programmieren oder in jeder anderen Programmiersprache genauso. Also Sie haben Multicore-Prozessoren. Also wenn Sie Ihren Laptop aufschrauben oder Ihr Smartphone aufschrauben, da haben Sie mindestens zwei Kerne drin, meistens vier oder noch mehr. Also das ist jetzt Standard inzwischen. Sie haben innerhalb der Prozessoren eine gewisse Parallelität. Also zum Beispiel haben die Intel CPUs und dieses sogenannte Hyper-Threading drauf. Da haben Sie in demselben CPU-Kern ungefähr zwei Threads, die ausgeführt werden durch verschiedene Tricks. Und Sie haben auch da innerhalb der CPU mehr Parallelität drin, dadurch, dass Sie zum Beispiel redundant ausgelegte Logik-Alus haben oder verschiedene Rechenwerke drin haben, sodass Sie da sozusagen innerhalb eines CPU-Taktes mehrere Operationen gleichzeitig ausführen können. Das wird unter super Skalarität zusammengefasst. Und Sie haben natürlich Vektor-Operationen. Also in einer modernen CPU finden Sie solche Vektor-Befehle auch schon wieder, auch schon seit langem. Also dass Sie so Vektor-Multiplikationen, Vektor-Additionen und solche Dinge machen können. Also mehr als eine Zahl gleichzeitig multiplizieren oder addieren. Und in modernen GPUs, also den Grafik-Prozessoren, finden Sie sehr, sehr viele ALUs, also arithmetisch-logische Kerne drin. Und mit denen können Sie auch große Arrays und Matrizen verarbeiten. Deswegen sind die ja zum Beispiel auch so beliebt beim Ausrechnen von KI-Algorithmen oder beim Berechnen von Bitcoins. Also mit Grafikkarten, mit GPUs machen Sie nicht zwingend nur noch Grafik. Kennen Sie schon aus dem Alltagsgeschäft. Jetzt muss man unterscheiden zwischen Parallelität und Nebenläufigkeit. Parallelität heißt, es werden Sachen echt gleichzeitig ausgeführt. Dazu brauchen Sie aber zwei CPUs oder zwei CPU-Kerne oder einen CPU-Kern, der so halbwegs Hyper-Threading kann. Nebenläufigkeit kriegen Sie auch auf einer Single-Core-CPU hin. Nebenläufigkeit heißt, es wirkt für Sie als Benutzer parallel. Unter der Haube ist es aber sequentiell oder kann es sequentiell sein. Das heißt zum Beispiel kann ich ein Multitasking-Betriebssystem hier auf meine CPU drauf tun und die lässt drei, vier oder mehr Prozesse gleichzeitig laufen und jeder kriegt nur eine kleine Rechenzeitscheibe. Und das heißt, es wirkt für Sie als Benutzer aber so, als ob die Sachen logisch parallel ausgeführt werden würden. Also man kommt letztendlich zu einem verzahntem Ablauf. Hier nochmal als Grafik. Das ist sozusagen jetzt Nebenläufigkeit mit Multitasking. Das heißt, ich habe einen CPU-Kern und jetzt sehen Sie hier, Thread 1 läuft, dann ist der kurz suspended, dann läuft er wieder, er ist suspended und so weiter. Also das Betriebssystem, schmeißt ihn auf die CPU drauf, lässt ihn eine Weile rechnen, nimmt ihn wieder runter und gibt die CPU dann einem anderen Thread. Und so tauschen sich mehrere Threads gleichzeitig oder mehrere Prozesse, muss jetzt kein Thread sein, können sich in eine CPU teilen und zu jedem gegebenen Zeitpunkt läuft aber immer nur ein Thread. Sie sehen, das Running hier ist zu einem Zeitpunkt immer nur ein Thread. Warum ist das vielleicht noch eine gute Idee? Wenn Sie sich moderne Hardware anschauen, ist eine CPU meistens um Kampfklassen schneller, wie Ihre I.O.-Operation, die Sie zur Verfügung haben. Also wenn Sie überlegen, z.B. eine Face-Platte, bevor Sie dann Datensatz gefunden haben, Sie haben ja eine mechanische Platte, die Sie drehen müssen. Sie müssen den Schreiblesekopf bewegen, also das dauert eine Weile bis Sie den Datensatz gefunden haben. Selbst moderne Hauptspeicher ist von der Taktung her noch langsamer als die Rechenoperationen Ihrer CPU. Selbst Hauptspeicher ist Ihre CPU schneller. Und daher macht es Sinn, dass die CPU gewisse Operationen ausführt und dann sozusagen wartet, bis I.O. fertig ist und dann wieder bestimmte Operationen macht. Und in der Zeit, wo Sie auf das I.O.-Zeug wartet, kann ja auch ein anderer Thread was tun. Also es ist durchaus vernünftig, dass sich mehrere Threads an der CPU teilen, weil Sie immer langsame I.O.-Operationen noch dabei haben. Wenn Sie mehrere CPUs haben, sehen Sie jetzt hier in der Grafik, können zwei Threads parallel ausgeführt werden oder zwei Prozesse parallel ausgeführt werden, jeder auf seiner eigenen CPU. Also das heißt, Sie sehen also hier, das ist wirklich grafisch der Unterschied zwischen, das ist tatsächlich echte Parallelität zwischen Thread 1 und 2, gleichzeitige Ausführung, beide auf einer eigenen CPU. Und hier, da sind sozusagen nur logisch parallel, also nebenläufig und zu einem Zeitpunkt ist aber nur ein Thread tatsächlich am Laufen. Okay. Warum brauchen wir Nebenläufigkeit? Also ein Grund ist tatsächlich diese moderne Hardware-Entwicklung. Also das heißt, die Taktung können Sie nicht erhöhen, also müssen Sie parallel werden, um die Geschwindigkeit noch zu verbessern, also mehr Kerne, mehr Hyperthreading und so weiter. Aber da muss das Programm natürlich das auch ausnutzen können. Und Sie haben, ein verteiltes System ist ja zwangsläufig nebenläufig, weil Sie ja zwei Prozesse aus zwei verschiedenen Rechenräumen haben, sonst wäre es ja nicht verteilt. Und Sie haben also zwangsläufig mindestens einen Thread, einen Prozess, beides pro Maschine, die beteiligt ist. Wenn Sie einen Server bauen, ist der zwingend multithreaded eigentlich. Also stellen Sie sich vor, Sie haben Amazon, was single-threaded ist, dann könnte der ja nur eine Anfrage gleichzeitig verarbeiten. Das heißt, wenn der meine Anfrage verarbeitet, kann Herr Müller nicht mehr bestellen, weil ja meine Anfrage bearbeitet wird. Das wäre so ein single-threaded Server. Das geht natürlich nicht. Da sehr viele Leute gleichzeitig den Server verwenden wollen, muss der zwingend multithreaded sein. Und Clients sind meistens auch multithreaded. Grund sind, Sie haben häufig so ein Repaint-Thread in der grafischen Oberfläche, also irgend so ein Ding, was so zyklisch die Oberfläche neu malt, im Vordergrund oder im Hintergrund irgendwo vergraben. Und Sie haben aber manchmal lange laufende Aktionen. Also es kann ja sein, dass der Server mal zehn Sekunden braucht bis zu einer Antwort und dann soll aber das Repaint-Oberfläche trotzdem funktionieren. Also dürfen durch lang laufende GUI-Aktionen, wo Sie jetzt einen Server aufrufen beispielsweise oder langsames IO machen, dürfen Sie gewisse zyklische Aktivitäten der Oberfläche nicht blockieren. Der Klassiker ist, dass Sie auf langsame Server oder langsame Ein- und Ausgabe, das machen Sie typischerweise in einem eigenen Thread. Und Sie haben zwangsläufig im Java-Programm noch weitere Threads, nicht nur den Main-Thread, sondern auch den Garbage-Collector-Thread und so weiter. Also ein Standard-Java-Programm, selbst wenn Sie nur eine Main-Methode haben, ist auch schon multithreaded, weil der Garbage-Collector im Hintergrund läuft. Hier nochmal kurz das Beispiel mit der Endlosschleife. Also stellen Sie sich Folgendes vor. Das ist so ein bisschen so ein an das alte Java-Swing angelegtes Beispiel. Sie haben hier so ein Event-Dispatch-Thread, also ein Thread, der so zyklisch bestimmte Dinge tut. Also einfach eine, können Sie sich als Wild-True-Schleife vorstellen. Der macht vielleicht ein Repaint, fragt die Tastatur ab, fragt die Maus- und das Touch-Display ab, arbeitet jetzt die Ereignisse, die er gekriegt hat, ab und aktualisiert dann die Oberfläche. Und das läuft dann sozusagen zyklisch bis zum Hitzetor des Universums, wenn man es nicht unterbricht. Sondern wenn Sie jetzt aber da eine langlaufende Aktion haben, also zum Beispiel, wenn dieses Ereignisse-Abarbeiten jetzt so lange dauert, also stellen Sie sich vor, der braucht jetzt eine Minute, dann ist natürlich der gesamte Thread hier blockiert. Und damit funktioniert das Repaint nicht mehr und die Oberfläche reagiert nicht mehr, weil der die ganze Zeit abarbeitet. Und viele Benutzer denken schon nach so drei, vier Sekunden, dass das Ding kaputt ist und machen es dann aus. Also stellen Sie sich vor, Ihre App würde blockieren auf dem Smartphone. Sie würden schon glauben, dass es kaputt ist und Sie beenden das App dann einfach. Und also das System wäre sozusagen nicht mehr responsiv, also Antworten nicht mehr auf Ihre Anfragen. Und deswegen müssen Sie sich da was anderes erlauben, anderes überlegen. Und da, das ist die Standardlösung, ist auch schon seit 20, 30 Jahren, ist eigentlich, dass Sie die Sachen in den eigenen Thread packen. Das ist keine Erfindung der Neuzeit. Das haben Sie bei Java Swing schon von Anfang an so gemacht. Also schon in den 90er Jahren haben Sie da eigene Threads programmiert. Das ist keine neue Erfindung. So, was machen Sie? Sie bei den Ereignissen abarbeiten, starten Sie einen Worker Thread. Das ist jetzt ein bisschen eleganter, als es früher war. Also weil es einfach mehr Programmierabstraktionen gibt. Aber letzten Endes starten Sie in allen Fällen so einen Worker Thread. Und in dessen Kontrollfluss wird sozusagen die langlaufende Anfrage gemacht. Aber das wird hier los gestartet. Der Thread läuft los und der Event Dispatch Thread hier läuft trotzdem weiter. Und die langlaufende Anfrage findet in dem eigenen Thread statt. Und irgendwann kommt der Thread zurück. Und jetzt haben Sie ja zwei verschiedene Threads. Jetzt müssen Sie irgendwie die Ergebnisse von dem einen Thread in den anderen zurückkriegen. Früher hat man so eine kleine Queue gemacht. Also dieser Event Dispatch Thread hatte so eine Queue drin, wo man das irgendwie reinhängen konnte. Also man kann sich das selber machen, dass man einfach so eine Blocking Queue zwischen beide hängt. Und der GUI-Thread fragt zyklisch diese Blocking Queue ab. So könnte man das bauen. Es gibt jetzt inzwischen so Composable Futures oder Futures im Allgemeinen, wo man das noch eleganter programmieren kann. Da gibt es inzwischen mehrere Lösungen. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, die langlaufende Aktion immer in einem eigenen Thread. Und das Ergebnis spielt der Thread in irgendeine Datenstruktur, die der Hauptthread wieder abfragen kann. Wie auch immer das genau aussieht, hängt jetzt sehr stark von der Programmierung ab. So, das war mal so grob das Thema, warum Nebenläufigkeit wichtig ist. Und jetzt gucken wir im nächsten Video nochmal kurz den Unterschied zwischen Thread und Prozess an. Und begeben uns dann in die Untiefen der Java Programmierung. Vielen Dank. Viel Spaß damit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.